Ja, hallo erst mal und herzlich willkommen zu Kekser spielt Minecraft, dem Let's Play, in dem uns die Fackeln ausgehen, ähm, Quatsch, brauchen wir nicht, wir haben, wir haben noch welche, äh, paar, guck mal, guck, guck dir das an, das sind ja Reichtümer hier, äh, also Janger Mannich, was uns allerdings ausgeht, ist das Eisen, ähm, deshalb machen wir uns direkt wieder auf den Weg nach unten, kommst du doch gerade erst her, ja, es ist verletzten Samstag, wir haben ja schon wieder Dienstag, äh, okay, ähm, also für euch ist jetzt die Tag, für mich ist immer noch Samstag, weil, äh, ich jetzt aufnehme für die nächste Woche, aber ist egal, äh, wir gehen nach unten, juhu, ich freu mir, ähm, warte, ey, du bist ja doof, ne? Ja, ich weiß, sag mir was Neues, ähm, so, ich kann ja von hier aus das Eisen sehen, guck mal, das ist quasi eine Stufe runter, und dann kannst du da dran, und da unten liegt noch mehr Gerumsel, das ist aber immer noch sehr friedlich hier, ne? Also, schrei nicht so laut, wer weiß, wer das alles hört, wie du hier alles noch wecken könntest, was ist da nicht dahinter? Das willst du gar nicht wissen, so, äh, darum, 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 hier noch einen Stein weg, äh, den vielleicht auch noch, ähm, sowas wäre, äh, ich möchte da nicht draufstehen, und dann, da ist es, da ist es, endlich, äh, du wolltest nicht den Stein weg haben, wo du draufstehst, oder? Äh, war mal ne Idee, hey, no risk, no fun, ähm, so, okay, die Arme Fledermaus ist gerade verbrannt, glaube ich, mach mal ein bisschen Licht hier, das wird keine vernünftige Treppe hier, was du machst, ne, das ist ja schon klar, ähm, so, dann lass uns auch, dann lass uns auch eine vernünftige Treppe bauen, das mache ich jetzt mal eben, ähm, ne, dum, 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 da, ein bisschen mit Abstand, äh, das ist weg, geht, wir auf Seite hier, wir laufen direkt in die Lava rein, oder, ist das eine gute Idee, natürlich ist es eine gute Idee, das machen wir immer so, da kriegt man schöner warmen Füße von, ich stelle vor, es wäre Winter, na ja, noch ist kein Winter, ähm, können wir mal die Wand hier noch ein bisschen eingrenzen, so, dann schon mal hier so ein bisschen quasi um die Ecke schauen, ja wenn du da jetzt runter springst dann jetzt war das wollen wir so genau nicht dass das was klar das ist schwierig wobei ich hätte sagt dabei ist auch nicht nichts was ich in die runter plumpsen kann lassen fallen kann da ist es immer noch ja ich hab dir bleibt nichts anderes übrig als runter zu springen das willst du nicht ernsthaft nein das will ich auch nicht aber ich glaube ich jetzt tun müssen wir machen erst folgendes wir bauen erst mal eben diese treppe ich jetzt damit jemand hat hier die absente maul zu errichten ist klar ist ja super dass du da kommt und das behalten als aber vollkommen aus und dann sind wir quasi hier vor diese wand ja ist super funktioniert ist egal jetzt erst darunter da ist es immer noch sehr dunkel jetzt nachdem die labe eingegrenzt ist es noch dunkler vielleicht sollte man eben hier in der ecke ein bisschen ausleuchten vielleicht noch in diese richtung nein das ist auch sehr dunkel da könnte ja irgendwas born was was wir gar nicht haben wollen wir haben doch gesagt jetzt ja nachdem wir neue fackeln gemacht haben da ist ein bisschen kohle wenn wir gerade hier sind jetzt sind spontan da werden wir nichts anderes vor ausreisen zu ist das ganze was tust du dafür da mir schlecht beim zugucken ich dachte beim zuhören ja da war auch dass sie machen dass die obersten jörner ist ja das ist kein schlimmer leid dass das machen ist jetzt was man sich selbst antut ja das müsst ihr euch selber überlegen ob ihr euch das antun wollt ihr seid freiwillig hier ja dann macht aber was vernünftiges heraus was denn ja das weiß keiner so genau naja schön ist die treppe recht nicht die treppe wollten wir auch auf der anderen seite bauen da waren wir damit angefangen warum machen wir da nicht weiter weil der eisen brauchen ich wusste da war was so ist so das teppich kann man die gebrauchen zu dekosecken vielleicht das guck ich da nicht dran so jetzt aber eben ganzen stolper fallen weg machen hier du wolltest kies haben also ich meine da wäre jetzt dies gewesen und die auch mitnehmen kann man doch bestimmt mal irgendwo im vorgarten pflanzt oder die sind doch süß aus und wir nehmen wir bitte bitte und ohne blühen noch getrennt und nicht blühen hoffentlich sind wir da nicht allergisch gegen ist egal wenn ihr noch hier sind gerade hier bin ihr noch nicht mitkommen so machst du das mit der spitzhacke und das hier auch dax machen da kann man vielleicht noch mal ein bisschen ausleuchten hier ja das wäre eine idee und die ganze kann man auch in der facke lernen teppiche jetzt das war kein teppich das war ein ganzer block ist egal immer mit wir werfen jetzt ein blick reinkommen wir sind jetzt gerade hier unten ich weiß doch du willst dahin du willst doch immer dahin dein ganzes leben dann wolltest du schon dahin erzähl doch kein bock bist hier ist doch alles friedlich rückseite der vorderseite kohle kopf mit so ein bisschen kopf freiheit wieder besorgen hier und ich habe heißen gefunden aber vorher leuchten wir eben kurz irgendjemand heim weiter die sende im gelände ok das ist typisch so auf den einen block den baum jetzt ab da ist wahrscheinlich nichts anderes runter doch noch ein zweiter dann das meint ihr jetzt ernst das kann nicht euer ernst sein wo ist das ganz heißen hin also kann auch so nicht wahr sein ja schade das machen wir hier wieder ein bisschen aus damit wir da nicht so stolpern bestimmt ist das hier gar keine sarkasse das geht ja bestimmt weiter lasst uns mal ihren blick da reinwerfen wir sind gerade hier das ist nur ein ständiger durchschumpfung haben nein habe ich doch gar nicht das nennt sich respekt respekt kann man ruhig haben das ist nicht dasselbe wie angst angst ist nur wenn man jetzt ganz schnell wieder nach hause laufen würde lass uns gehen ich muss weg das grünes hatte schon da steigt sich ihren creeper von hinten an hört das ja nicht wenn man hier die ganze zeit abbauen ist er schleicht sich dann mit seinen komischen leisen sohlen wieder an habe ich nicht schon mal gesagt der creeper müsste eigentlich holzklumpen tragen ja habe ich schon mal gesagt oder das ist eine coole idee damit man auch frühzeitig hört wenn er so ein klumpen durch die gegend läuft klumpen 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 warum ist da noch keiner auf die idee gekommen hat das noch keiner programmiert okay ich hatte die vermutung dass es keine sarkasse ist ich habe tatsächlich recht behalten sollen ich wollte ja kein recht behalten ich wollte wieder nach oben kannst du jetzt nicht jetzt musst du weiter in die richtung schauen wir mal ob da noch was zu finden ist vielleicht sicher dieser kasse hinter der sarkasse wenn ich schon den blick jetzt auf meine spitzhacke werfe solltest du vielleicht tatsächlich erst ein blick einwerfen doch noch irgendwo eisen findest hat sich halt leider so ergeben gehen wir da rein mal eben blick auf den wecker werfen ja das ist jetzt super beleuchtet eben da und da noch mal wieder etwas neues beleuchten und dann werfen wieder blick rein haben wir gemacht okay können wieder gehen aber noch bild für das nächste mal da ist sehr dunkel das ist auch sehr dunkel das soll man bild erreichen jetzt ist für mich die frage 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 alle fragen dass wir eben so dass der hinweis dass da weiter geht guck mal zur kasse schon lange keine sarkasse mehr gefunden okay also müssen wir doch in die richtung das geht da passen nicht durch du bist so dick für diese welt in quatsch ich hab doch abgenommen ich kann keiner sehen das wollte ich auch gar nicht sehen dass das 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 und dann noch mal denken was das hier weiter geht ich leuchte nur mal eben wo das gefällt in die richtung das eisen nehme ich mit ja ich weiß wir werden wahrscheinlich keine eisenbarn besehung zu bauen aber trotzdem kann man immer gebrauchen wenn es auch mal zu dekorationswerk wäre wieso muss da jetzt zwischen auch leute das ist vier stücke eisen das ist doch jetzt irgendwie sammeln die wenigstens ein bevor die wieder abhauen wie viel hast du denn jetzt weiß ich nicht da guck doch in der inventar ist das apropos man sah dass sie relativ voll aus dafür sieht die nicht mehr so gut aus was auf wir gucken mal okay schauen wir ob vielleicht doch noch ein bisschen eisen drunter ist dahinter nicht dann aus das wird schon eine fallende sache so das sieht aber nicht so aus irgendetwas hinter wäre was wir brauchen können warum nicht das ganze heisen wahrscheinlich am ende dem ich meine am anfang der mitte alles abgebaut dafür ist doch da oder sachen abzubauen dass wir das hier sehen haben das waren das sind mine arbeiter vielleicht will ich das noch gar nicht okay das ist glaube ich jetzt mehr kies als ich mitnehmen kann tatsächlich kein stück eisen dahinter das sieht nicht aus das sieht nicht gut aus okay die diamantschippe verabschiedet sich auch gleich wenn du so weitermach es ist sehr ressourcenfressen was du hier tust wenigstens die nicht die hier hätte ich gerne falls ich dann doch mal jemand pfeile machen kann ja ich glaube ich es dann machen wir es eben auch rückweg zur werkbank wir müssen definitiv ein bisschen eisen einschmelzen und dann können wir gucken wer da oben ist oder will ich das nein das will ich nicht habe ich doch gesagt dass ich das ich will warum machst du es dann ja alleine und wir verstecken uns und ich da ich mich hier ja was hast du mit dem auge gemacht das sah nicht gesund aus hier ist noch mehr tun du lehnst du hin die du wolltest zur anderen richtung das ist ja schon klar spiel bitte keine giftige hülenspinne da bin ich total allergisch gegen aber das heißt das ist bestimmt sind das ja noch ohnehin nur die beiden stücke hier nein dann guck mal dahinter ist noch was wie kann das passieren so viel eis auf einmal gibt es ja gar nicht okay so viel ist dann auch wieder nicht ja du nimmst du jetzt nicht das damit so ich glaube ich werde noch ein blick hier einmach noch mal eben ein foto das war schon zwei jetzt war ich mir auf weg und schmelze das eisen ein weil weiter komme ich ohnehin nicht mit dieser nicht vorhandenen spitzhack ist das mit dem kommissens blub 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 ja ich bin das einfach mit weil das kann man alles gebrauchen alles das dauert mit kies abbauen doch leute länger so in die richtung in die richtung und jetzt mal langsam hau rein hain ich habe schon mal zurück nein 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 das meinst du nicht ernst ich wollte zurücklaufen in ruhe die folge beenden nein ich kann jetzt nicht genug platz das hast du ein glück bevor ich hier weiter sterbe beende ich die folge lieber und hoffe dass ihr beim nächsten mal noch dabei seid ich hoffe ich lebe bis dahin noch in diesem winter schöne grüße wieder rein und chips der ist ja gerade schon bei 210 mann 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 okay